Die Leidenszeit von Silvia Bertagna ist zu Ende. Am Freitag steigt die Freestylerin beim Big Air City Event in Mailand nach überstandener Kreuzbandverletzung wieder ins Wettkampfgeschehen ein. Es wird eine besondere Saison, da heuer erstmals auch ein Event auf der Seiser Alpen und somit vor der Haustür der Grönerin stattfindet. Wie es daheim ist, weiß ich noch nicht, habe ich noch keine Weltkampfrennung gemacht, aber ich glaube auf jeden Fall schön, wenn alle Freunde, Familie zuschauen, ist es sicher anders, als wenn du auf der anderen Seite von der Welt bist. Saisonhöhepunkt ist für Silvia Bertagna aber ein anderes Event. Saisonhöhepunkt ist auf jeden Fall die Weltmeisterschaft in Sierra Nevada und auf jeden Fall hoffe ich wirklich ein gutes Rennen und ein schönes Resultat zu machen. Erst einmal steht in Mailand aber das City Event an, mit einer Silvia Bertagna, die vor Tatendrang nur so strutzt.